ok ich bin bereit bitte den nächsten skill damit habe ich jetzt den nächsten skill und das nennt sich mein orakel ja eigentlich ist das geht ganz einfach er ist ein ganz persönliches orakel und gibt dir auf all deine fragen eigentlich antworten wie die magische mies muscheln ein bisschen anders sage einfach alexa öffne meine orakel okay das machen wir mal alexa öffne meine orakel fragen eine antwort rufe mich mit frage mein orakel und dann eine kurze frage nicht mehr als sieben wörter ich habe wenig zeit und antworte immer nur mit ja oder nein regie kam bitte wiederhol das ich weiß nicht mal was sie gesagt hat stell frag sagt frage mein orakel dann anstelle eine frage über die magische mietmuschel beachtet aber das darf nicht mehr als sieben wörter beinhalten sie antwortet doch nur mit ja oder nein weil sie nicht viel zeit hat frage mein orakel ja frage mein orakel alexa frage mein orakel ob ich morgen arbeiten gehen soll warte ich denke vielleicht aber nur mit ja oder nein alexa frage mein orakel ob ich mich heute einen moment nachdenken warte ich sage auf jeden fall ekelhaftes zum essen machen soll und damit ist das spiel beendet okay gut ab zum nächsten skill ok regie bitte den nächsten skill ja da haben wir noch etwas ganz ruhiges unnötige fakten sage alexa öffne unnötige fakten alexa öffne unnötige fakten hier ist ein fakt für dich das pfeifen unter wasser ist in florida verboten in indiana liegt seit 1897 ein gesetzentwurf vor den wert von p auf 3,2 festzulegen ja alexa öffne unnötige fakten hier ist ein fakt für dich sämtliche schwäne in england sind eigentum der queen okay alexa öffne unnötige fakten hier ist ein fakt für dich die fünfte zwei rakete der nazis führte zu dreimal mehr todesopfer unter denen die sie bauten als unter den bombardierten okay alexa öffne unnötige fakten hier ist ein fakt für dich kalmar begehen selbstmord indem sie ihre eigenen tentakel verschlingen alexa öffne unnötige fakten hier ist ein fakt für dich eine schlange kann bis zu drei jahren schlafen und dann einen tag wach sein und dann wieder drei jahre schlafen ist auch blöd hier ist ein fakt für dich es ist für schweine körperlich unmöglich ist in den himmel hinauf zu sehen oh das wusste ich nicht cool ist auch irgendwie blöd oder okay einmal noch alexa starte unnötige fakten hier ist ein fakt für dich 23 prozent aller fotokopiererschäden weltweit werden von leuten erzeugt die darauf sitzen um ihren hintern zu kopieren habt ihr das auch schon mal gemacht schreibt es in die kommentare na bitte schreibt es nicht in die kommentare bis zum nächsten skill bis zum nächsten Spike bis zum nächsten connections